Der 23. April ist für alle Punk-Fans ein ganz besonderer Tag. Heute, vor 48 Jahren, erschien mit Ramones das erste Album der gleichnamigen Band. Damit revolutionierten sie die Rockszene und legten den Grundstein für das neue Genre Punk. Zum Enttäuschen der Fans löste sich die hochgelobte Band im Jahr 1996, 20 Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums, auf. Da lohnt es sich heute einmal mehr, in die alten Alben reinzuhören und die Summe zu feiern.